Es gibt seltene, bösartige Erkrankungen vom Blut, die wir unter Blutkrebs kennen, die immer weiter voranschreiten und unweigerlich zum Tod von Patienten führen. Und die können sowohl jung als auch alt treffen. Und man kann die Patienten nicht retten, es sei dann, man findet quasi einen Blutzwilling, der dieselben Merkmale hinsichtlich seines Blutes aufweist, wie die Patienten selbst. Und die Wahrscheinlichkeit, die jemanden zu finden, beträgt knapp 1 zu einer Million oder sogar noch mehr.